Hallo Leute, heute sehen wir wieder unsere Kätzchen. Einer schläft auf Bella drauf und wird jetzt runtergeworfen. Einer ist hier zwischen Bella und Kitty und einer ist hier bei Kitty. Die sind jetzt sechs Tage alt und schlafen alle. Und der hier ist halb. Die sind jetzt sechs Tage alt und schlafen alle. Die sind 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 sechs Tage alt und schlafen alle. hier sehen wir noch mal alle sind zwei schon essen gegangen und dann schläft ja noch das war es dann mit diesem video und tschüss